Ich war ja gewusst, dass der mitspielt. Ja. Hab ich da jetzt. Ich mach einfach meine Tränke full. Ja. Aufgaben war das, ne? Da, Beiträgen. Mein Gegengift mach ich full, das kann man sicher fragen. Ein Arnserlager, ne, ist am besten. Ja, bist du jetzt auch schon dabei? Ja, Dr. Dave Rider? Ja bitte, brech mal auf, weil der Rest kommt gleich nachher. Vielleicht macht ja das der Meister. Ja, schauen wir mal. Ihm vorschicken Kanonenfutter, ne? So. Das Problem ist ja, der darf auch nicht sehr oft ohnmächtig werden, ne? Ja. Da müssen wir was essen. Ah, der schaut schon wieder ein mit dem Riesl. So. Äh, da, 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 da. Da. Ja. Ein bisschen weiter zu beginnen. Da. Jetzt ist er schon unterwegs. Nein, ich bin da, bei dir. Aber er, er ist schon wieder. Also ey, das ist ja schon oben da, ist der Rat. Er reitet da wahrscheinlich oben da. Ja, ja, der macht's. Wo ist denn der, Alter? So. Auf erneig's. Ja, jetzt mit ein bisschen Lahn, ne? Mhm. Mit Schmackes. Ja, das ist ja gar kein Auftrag, du. Das ist ja gar kein Ängler für mich. Mhm. Du hast ja schon hergeflogen. Ja, ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Wir müssen zurückschauen. Hier, das macht's schön. Ja, das schaust, gell. Ein Pflanzerle. Hoppala. Hey, rutsch. Ich soll das da einfangen. Irgendwas, die Viecher, könntest du da einpflanzen auf dem Zimmer. Hobe, hobe. War ja gewaßt einmal, dass du dich fangen willst, wir sind noch einmal klein mitgenommen, oder? Ah, okay. Wir müssen welche Aumeisen einmal fangen, oder irgendwas? Ja, genau, Aumeisen. Ah, scheiße. Ich auf die noch. Aber das passiert mir da ewig. Das ist... Ich weiß nicht, wie oft ich das da schon gehabt hab, dass ich da einfach oben bin. Ja. Ahm. Ein Visierenschein, und dann... Ja, da passt ja nix herum. Dann macht das eh. Er hat mich gesehen am ersten Mal. Ich komm schon. Da bin ich. Er riecht schon. Der andere ist gar nicht da. Ja, wo ist denn der? Der ist ja ganz hinten da noch. Der mag nicht. Achso, du hast ja schon drauf. Du hast ja wenigst Blähren. Ja, wer ist sicher? Du willst da warten, oder was? Ja. Dann gib ich ihm einfach das, was er braucht. Das ist Liebe. So, Aume. Ja, der Kreck ist da. Oh! Mach das. Immer vor dem Gesicht springen. Ich bin ja vergiftet. Da alles schon wieder. Ich muss weg. Das gib's ja nicht. Wenn wir einen Glick haben, mit so einem kleinen Käfer hat mich nie dann. Nein, geh weg von mir! Aber ins Maul. Aber er vergiftet mich. Ja. Wenn das Miner hoch springt, und den Skill macht, wird er halt unterbrochen und vergiftet. Ja. So. Ich schläge mich einfach da her. Was ist das? Ich will zuhauen, dann schläge... Ich war klar. Ich habe einen kleinen Stamm Schädel, echt. Oh, ich ruhe einmal. Ja! Ich bin der Schleuderexperte jetzt. Also. Ja, das ist jetzt komplett der Name. Ja, was ist denn jetzt mit Ihrem... Alter, geht nur auf mir. Ich bin gleich hin. Darm springe ich. Lenken ab. Ja, ich lenke. Aber er tut nicht. Aber so würden schon immer eine klatschen bei mir. Ja... Ich kann mich schon wieder aufhalten. Das gibt's ja nicht. Ja, nein. So, darf ich jetzt einmal? Jetzt schreit er nicht, wenn ich zuhören will. Und dann fliegt er davon. Das ist ein Fahrle. Hätte ich so mitnehmen, nur. Das wäre super gewesen. Hast du eigentlich einen Notsignal abgesetzt, oder? Nein. Ich bin nicht mehr da... Scheiße. Wie normal können die Leute aber immer noch einsteigen in die Quäle. Ich weiß gar nicht. Wollen wir nicht irgendwas einsteigen? Ach, geh weg von mir! Ich will mich noch ein bisschen hochheilen. Ich bin die ganze Zeit am heilen, ne? Ja. Aber du hast dich vorher gesagt, ne? Diese Monster sind irgendwie leichter geworden, ne? Obwohl es schwerer geworden ist. Ja, ja, ja. Das ist schwer. Ich glaub, gestern war halt ein guter Tag. Ja. Mitleid, top. Nein. Jetzt hast du das ja gedacht, gell? So. Oh weh. Jetzt da mich. Boah! Ich geh mal auf den Bergsteigen. Hoffentlich schmeiß ich meine Tuch runter. So. Ja, fliegt er schon vor, ey. Hat er schon schlecht gekriegt jetzt, ne? So, ey. Wie ist das eh schon zu früh? Ja. Aber wie du sagst, das schießt einmal so ein Notsignal wirklich hinter mir vielleicht. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Hey, Alter. Meixner. Wir kennenzulernen. So. Ich schieß das einmal in die Höhe. Ja. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Spuren. Alter Schwede. Da ist seine Fußspuren. Den nehmen wir mit. Hm. Ja, da brauch ich noch ein paar. Da ist noch eine. Da ist er. Da ist ein Scheißhaufen. Fingern eingehalten. Jawohl. Schauen wir mal, wenn's noch warm ist. Ach, da. Knochenhaufen. Ich weiß nicht, wenn ich ins Logosul gehen noch kurz. Material holen. Er ist, er ist, ist schon. Okay. Wir werden schon fighten. Ja. Aber er hat mich schon gesehen. Er schießt schon auf mich wahrscheinlich. Oder? Nein. Na, ich weiß nicht, was er da anschießt. Ich find's ja. Das Kugel. Das Blitzkugel. Er hat mich schon gesehen. Haha, die hat er gern, oder? Ja. Wir werden nochmal herkommen. Ja? Auweh. Jetzt kommt er schon. Ich trink einmal wieder was. Ich schieß ihn mal an. Der andere ist auch nur am Saufen da. Ja, wir haben hier den ganzen Stein am Schädel. Oh. Wo spüren. So, gefällt mir das, wenn er stehen bleibt schön ruhig. Da ist eine Stelle, wo ich nicht durchkomme. Okay. Ja, ja, ja. Jetzt kann ich ihn nicht hauen. Alter, bleib schreit. Ich fuhren was. Jetzt bin ich einmal oben, oder? Ich hab mir schon gedacht, ich kaufe mir so ein Stöpseldinger da. Ah. Ich hasse ihn. Und seine Mama mag ja nicht. Haha. Das ganze Familien ist scheiße. Schlafkröte. Jetzt ist er noch immer da. Fast jetzt ist ein paar Meter rumgeflogen, das Arschloch. Nur damit ich nicht zuhauen hab können. Schlafkröte hab ich da aktiviert schon einmal. Ja. Ja, dann schlaft er kurz. So bis du drauf hast. Warte mal, jetzt hab ich seinen Fuß erwischt. Na ja, er hat mir erwischt. Hahaha. So. Schaut, ich hab gedacht, dass das Schwanz alles fuhrt jetzt so. Das wird da ein bisschen drauf, glaube ich. Er schreit wieder und hebt ab, ja. Wahrscheinlich. Ah, wei. Nein. Ja, Alter, das geht einfach nicht, Alter. Er fliegt dann in die Höhe. Und ich krieg dann den Schaden ab. Anstatt dass ich einfach... Schaden machst du nicht? Ach, okay. Denn vor allem, ich mach den Skill, Alter. Bist du schon giftig drauf? Ah, ja, ja, ja. Kein Nix, nein. Ich bin gleich fertig gefahren, glaube ich. Du weißt, der hat mich gern, nämlich. Ich brauche irgendeine Giftresistenz oder so, das wäre interessant. Alter, wo fliege ich hin? Da drüben ist Heilung. Nein. Kannst du dich heilen? Ja. Der Schwanz, wenn du mal weg ist, das wäre interessant. Dass wir da mal irgendwas looten könnten einmal, nicht? Was passiert denn da alles, Alter? Ich weiß nicht. Ich bin nur... Oh, Alter! Der hat ja vor die Explosion hergeschmissen, ne? Vor allem Schälen musst du immer wegbeieben, Alter. Ja, bei der hätte es ja im Bridge-Modus, ne? Daneben! Ja, ich bin da rauf. Ja, super! Ich komm ja nicht. So. Nein! Ich hab's nicht abbrechen können. Ja, ich könnte. Warte mal, ich hab mal das Dings hier da. Ein Vulkel zum Auflaufen. Der haut rauf! Ja. Irgendwann muss er ja mal sitzen. Das ist ne. Das ist ein Netz. Das ist erstmal gut, jetzt auch. Vielleicht ist er aufgestaut, er ist durchgeregt. Sieh's nicht so aus. Hat er super reht, oder? Ja, hat er mit sich mitgetreut, oder? Da muss er schon mal Waffen erschärfen, aber keine Zeit. So. Nein, geh weg! Ich wollte ihn noch ein bisschen schärfen. Ah, da unten ist jetzt der andere. Der Blitzer. Ja. Sollte ich einmal was tun. Ja. Jetzt hat er ein Foto gemacht. Jetzt hat er ein Foto geflogen. Ach du Scheiße. Ich hab ein bisschen ruhig gemacht. Was sind wir noch? Was sind wir noch? Was tut er jetzt? Wird da zu gieren, Alter? Ja. Ich weiß nicht. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Geh weg, Alter. Alter, geh doch einfach, wenn anders zu gieren. Für dich habe ich kein Unterlegmaterial. Was? Wo bin ich noch mal zurück? Schau wieder. Von ihm. Ich brauche ein Material. Wo bist du jetzt hinknaufen, mein? Na, da auch. Boah, da hat er mal geraut, oder? Das ist doch wieder. Ich glaube, ich bin jetzt noch ein Lager zurück, oder so, oder? Geschickter. Aber okay. Was ist für ein... ...Ampfänger? Nein. Na, da tritt schon wieder Weizen. Na, ein paar Stahnen nehme ich mit. Und das, wie viel ich da unten. Ist das der O, oder? Nein. Sie, oder? Hallo! Das ist ja der andere, Depperte. Ja, das ist ja leider Depperte. Der ist ja irgendwie der Dobi. Der Gregg ist schon dort. Ja. Willkommen schon. Klar. Ich bin ja gleich dort. Auf, ey! Halt so fest. Ich hau drauf. Ja, das sag ich doch, gell. Ungut ist. Sau, wenn ich in Schädel, Junge. So. Oh, weh. Ha, 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 ha. Ich bin ja nicht alleine weggeflogen. Oh, weh. Ich muss weg. Was ist jetzt passiert? Ja, das ist ein Bauntuch geflogen, oder? Ja, super. Das ist nicht so fett. Was ist da? Ist er wieder unten? Ja. Bin ich aber unten? Ich lasse es mir dann an. Dein Depperte. Boah. Was kommt gleich holen? Zu unten? Ich bin ja wieder. Oh, ey. Da ist sich nichts, alter. Ich bin dummisch. Ich bin dummisch. Unser Schädel ist neben mir. Das ist ganz toll. Ja. Ich hau eigentlich schon. I hau ja. Ja, was war'n das jetzt? Da war'n Schuh oben und dann fliegst du wieder um. Oh, ey. Huuuu. Ich nervt jetzt die noch. Oh. Alter, ich hab' gerade andere Schuhe. Der Manolo. Ich suche dort was, aber ich fühl's nicht. Habe stehen einmal. Nein. Hilft das nicht? Was hab ich denn da? Ja, super, Alter! Die hau mit Scheiße an, das gibt's ja nicht. Was hab ich denn da oben? Ich wollte ja Blitzdinger haben. Ja, ich wollte nur da die Gesundheitsding. Ein ganz wildes Viecher, gell? Aber jetzt ist es schon das dritte Mal abgekaut, ne? Also dürften wir gleich haben einmal, ne? Ja, bitte! Aber ich geh mal ins Lager zurück. So, wir müssen gleich haben die Ecken ist. Jetzt zittert ja nicht einmal noch, kommt mir vor. Das ist ja das Schlimme. Ich geh mir Material holen. Ich geh da auf. Weg dich verwalten. Ich geh da auf. Fallen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Super. Zwar fallen habe ich eingesteckt. Und das ist normal. Geht's schlafen. Alter, wo ist es jetzt wieder mit den Käfern? Da ist es für erst auf, dann oben, jetzt wieder auf. Fliegt da hinten, ich sehe ihn schon. Da hört die Hörring. Da hört es mich. Ja, komm ja da. Das ist ja drauf. Ich habe eine Falle gestellt. Ja, wahrscheinlich renne ich eigentlich. Komm her da. Ja, komm schon. Hallo. Da bin ich. Die Falle geht auf, der Plan. Jetzt hat er gewohnt. Hat er mich gesehen, jetzt wird er nervös. Ich habe schon wieder so ein blödes Stall gefunden, bevor er immer die Waffen abschlägt. Was ist denn da? Keine Ahnung. Hier, ich willmals. Es geht schon besser, kommt wieder vor. Dreck hat sich von der Quest zurückgezogen, jetzt ist sehr gut. Jetzt haben wir wenigstens Herbert und den Dings Mega Schwerer dabei. Ja, guck mal. Die machen das schon. Ja, ja. Was tut er denn nicht? Alter, wie vergiftet denn der einen da hört? Die bewegt sich nicht mehr bei mir. Bin ich noch in der Lobby bei dir? Du stehst bei mir? Nein, du bist auch weg. Schau's aus bei mir. Ich hoffe, der stirbt da. Aber mir ist der Mückisch. Verbindungen sind selber unterbrochen. Hä? Jetzt müssen wir allein rafeln, damit... Ich bin... Was ist das? Ich muss da raus, weil der Kleiner aufzustoßen ist natürlich auch nicht. Awewe. Ich hoffe, der mit der Blase. Aber ich glaube es weniger. Jetzt ist es auch durch ich, gell? Ja, ja. Bestonage. Er räumt ihn da nonstop durch. Da wären wir gleich um zu sein. So mega dran. Er hat mich ohmächtig geschossen. Das ist doch super. Das läuft. Na, wir haben das alles gefixt. Er schläft bei mir, alter. Ich kann kein Dings Notsignal abfeuern. Warte, ich schau mal, ob ich ans... Notdäugend abbrechen, warte. Ich schieß ans in die Höhe. Weil er schläft. Ja, wenn du das kannst jetzt, oder? Dann... Ich kann, schau. Okay, dann warte, dann geh ich zurück von der Quest. Er liegt da bei mir und tut's heuer. Ganz ruhig. Sieh mir noch was vor. Ich glaub, das wird nichts bringen. 220 Punkte habe ich gekriegt. Ja. Ja, ja. Eintreten. Das schaut gut aus. Ja, ja. Die Brille ist da, ja. Abbrechen. Dann musst du den einen Lager, das bei 13 da oben irgendwo ist. Okay. Er steht auf, oje. Scheiße. Er ist ja von alleine wach geworden. Ist natürlich schlecht, ne? Wurscht. Charles spielt auch schon wieder? Ja, ja. Aber nie mit uns, ne? Der ist ja richtig gemein. Ja, was lustig ist, wenn du bei dem beitreten willst. Das steht zwar offen, aber ich komm nicht rein. Na. Ja. Ja, Alter. Was wird denn das? Ungute Sau, du. Mhm. Ja, jetzt bewegt sich natürlich nicht. So. Ich bin zum Beigetreten. Kann ich gleich was essen? Warte einmal. Schauen. Bei dem brauch ich das. Was? Schappi haben wir. Dann. Wo bist du? Da oben. Jetzt bin ich runtergefallen, oder? Wo wo ist? Ah, komm, bei oben. Da ist er. Wölfer, oder? Boah, Alter. Wenn der Schwanz nur mal weg wäre, wenigstens was. Ja. Da wäre schon viel geholpfen. Oh, Alter. Habe ich nur eine Falle eingesteckt? Eine Grubenfalle habe ich nur. Eine Fallgrube. Huh. Da unten seid's? Ja. Ich hör schon schreien. Es ging nicht anders. Oh, Alter. Genau jetzt. Komm, 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 komm. Ich bin schon da. Und gegen die Tanasauken, schnell. Hey-hä-hä. Ich hab in ihm den Stolpenknack hinten. Da geht's nicht richtig. Ich weiß, komm. Ich habe einfach nur. Aber eh, ich bin vergiftet. Ja, das ist immer gut. Spring runter, du! Spring! Der krallt da rum, Alter. Hey, springt nicht runter. Boah, Alter, wie viel Schaden das jetzt war! Jetzt kann ich nicht... So. Super, essen kann ich ja nichts. Super, danke. Der megas einfach den Traum, Alter, bis er... Wir haben ewig Zeit, bis er dann... Ich muss den X-Knopf mal trittieren. Ja, bleib einmal so stehen. Ein paar Stunden. Wo ist er? Ja, Alter, ich weiß es nicht. Moment. Oh, gut, die Saugen! Ich komm doch nicht runter, was ist denn da? Hallo, ich möchte da runter springen, danke. Ich denke wieder doppelt da rum. Schau, ich komm einfach von dem Scheiß von uns hinten, auch nicht weg. Mach die Tepper. Ein in die Bieren, ich weiß ja nicht. Muss ja mal wehtun da jetzt. Da hat schon wieder Gift in den Mund. Ja, bring einmal mir die Wespen, Alter. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Siehst du hier, wie ich das Ding da habe? Warte mal. So. Gut, dass du mir rinnt. Das heißt, ich will das Pulver dringst da. Gehen wir. Ja, der soll da mal wehtun. Er schreit schon wieder. Jetzt hält er ab, gell. Ja, reinstellen. Ich weiß nicht. Ich muss meine Dinger besser aufteilen, Alter, unten. Nein. Jetzt habe ich da einen Mega-Trank. Weil das ist bei mir immer irgendwo, Alter. Weil ich den Drang brauche immer. Ja, durchblatteln, ne. Ich muss das umstellen. Vor allem der Mantle ist ja auch super. Aber ich komm, bis ich den einmal hab, Alter. Da oben. Ja. Ja. Jetzt kann ich ganz normal abspringen, ne. Vorher, wie ich es gebraucht habe, ne. Nein, ich mag nicht abspringen. Nein. Das springt doch wieder auf. Ich will gerade Gegengift nehmen, ne. So. Käfer mitnehmen. Wo? Wo? Alter. Das ist schon zart. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Ich hör da Wale singen. Hm. Leute, die Wale. Ja. Da singen wir. Vielleicht kommt einer. Wo bin ich dick? Ja. Komm mal durch an mich. Ja. Ja. Da ist er. Hm. Hm. Da. So dann. Oh. Er kämpft da miteinander, glaub ich. Das ist gut. Ja, ja, ja. Genau. Genau, Alter. Ich schau dir mal da zu. Na, geh weg von mir, Alter. Ich bin, ich bin, ich bin nicht der. Ich geh zurück. Ja, natürlich. Ich mein, muss erst aufgettern, ne, weil... Ich treffe wieder die komische Stelle auf. Ja, soll doch mal der Andres angehen, Alter. Der Orban. Hahaha. Scheiße, ja. Der Ding sollte uns helfen, anscheinend. Das hab ich gut gemacht, heißt. Wo bin ich? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht. Ich bin da. Ich brauche eigentlich Scheiße und blündern. Aus sich schneiden. Oh ja, dann haben wir nicht einmal irgendwas ab, nicht einmal Schwanzerl abbrochen. Nein. Aber Gott sei Dank ist der down. Ja. Jetzt kriege ich dreimal das gleiche aus, oder was? Flugkralle? Ja, Flugkralle. Zweimal GW, eine Flugkralle. Ja. Sonst da irgendwas? Brauchbar... ...Ausspuren? Da war was? Eine Schuppe? Ja. Die können ja mitnehmen, die Viecher da. Na? Hm. Schlafkröte? Hä? Die kannst du da am Boden hinlegen, aber. Nimm sie mal. Nimm ein Bett. Ah, ich habe die Quest erfüllt. Schau, ich habe mal einen mysteriösen Fenstein wieder gekriegt. Du fährst weg. Rückenpanzer habe ich auch gekriegt und eine Flügelkralle. Super, alles verkaufen. So. Hier. Ich habe nicht gerade was gekriegt. Wertermittlung. Was ist denn das? Ach so, da kriegst du ein Ding. Ja, ich will. Diese Dekorationverschätzung und Schlafwiderstandfähigkeit. So. Ja, ich krieg das für die natürlich nicht, weil ich zu spät eingestiegen bin. Halt da rausgeflogen. Ja. Jetzt war tausend auch. Es ist Zeit, das Monster zu jagen, das diese Spur hinterlassen hat. Was? Das habe ich ja gerade gemacht. Die Königin des Hochlandens. Hochrangige Safaris sind jetzt verfügbar. Oh, hochrangige Safaris sind jetzt verfügbar. Ich habe ein Problem. Für Rüstungsteil ist jetzt eine Verbesserungsstufe verfügbar. Ja, das würde gut sein. Monster der Alten in der Neuen Welt. Hast du nicht, gell? Hast du abgeschlossen? Ja, so, ich habe es abgeschlossen. Wie nicht? Wie nicht? Na? Oh. Ja, dann machen wir es halt nochmal. Halt, bei mir liegt da jetzt also die Sequenz. Da haben sie einen Abschlager noch liegen, Alter. Blöd gemacht. Oh, Mann. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020